und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge tower unite und wir spielen wieder eine runde bohr minigolf mit dabei ist mal wieder die liebe hannin ich hab mir schon gedacht dass du mich gar nicht vorstellst doch ich wollte es einfach ein bisschen ich wollte es ein bisschen hinaus zögern meistens steht noch darauf wenn man sich hinaus zögert also meistens eher im sitzen aber wow diesmal liest du die dinge vor ich kann doch gar nicht lesen hallo hi kai ich bin amateur und du bist ein c-zoned ja it's all downhill from here wow 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 chucky birdie bowie bowie und und es nein nein Scheißspiel, ich hasse es Ich lag hier schon wieder genau auf der Scheißkante, ey, ich hasse es Ja, klar, ne, ey Warum war das klar? Ja, weil ich glaube, dass ich auf Rande liegen und du machst wieder rein Es wird schon wieder angepisst Nein Du weißt, wie sie versucht, anzustachen, nehm ich Äh, Waterwheel Ciao Ich wollte auch gar nicht rein, also warum auch Nein, 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 nein Ich würde aber sagen, ich sage jetzt mal nichts My eyes are bleeding So ein Penner, ey, weißt du ganz genau Ja, weißt du ganz genau warum? Ich bitte nicht, egal warum Nothing gemeinsame Everything was betrayed Nö Ja, nö, alles gut Ich bin ganz entspannt Don't make me turn the sky around. 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 meh stimmt oh fuck leck okay ich hab einen hole in one und du so natürlich ich freu mich aber nicht so wie du ich wollte nicht weil du gewinnst sondern du bist so ein packen manchmal ich wollte nicht weil ich scheiße spiele manchmal aber jetzt gerade spiele ich gar nicht so scheiße deswegen werde ich auch nicht wirklich? 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 ich glaube ich hatten wir echt noch nicht glaube ich immer so hi hi ich glaube ich bin ok ok gg aber ich habe ein vögelchen uff das war knapp wie geplant heilige makrele wow ach so roll, mach rein natürlich macht sie den rein, natürlich, war klar ich bin nicht angepisst ich bin nicht angepisst, alles gut hallo, das war schon eine folge dann war schon eine folge, wo ich eigentlich angepisst war ich bin ganz entspannt ich bin ganz entspannt danke aber ist nicht schlimm du bist trotzdem noch gut du bist gerade echt gut du machst das gut, honey dankeschön bitteschön zigzagonal sonst gehts euch aber gut, ne ich habe gar nicht so ein bisschen hin okay okay um auf nice approach dg gg 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 rolling Sonst geht's euch gut, ne? Wow, wie geil! Ich wollte die treffen! Ich wurde gerne reingegangen direkt, ne? Aber sonst war's genauso geplant eigentlich. Was passiert, wenn man am Ende genau gleich viele Schläge hat? Ist das unentschieden? Weiß ich nicht. Okay, das schaffe ich trotzdem nicht. Sag ich mal so. Sag es niemals nie. Mein. Card. Journey. Ja, das war Weeley, ne? Als ob ich da... Da kommt ein Wagen, das wusste ich nicht. WTF. Ähm. Oh. Ich dachte, ich muss da hoch. Oh, okay, deswegen roll ich einfach mal. Ja, GG. Ja, das schaffe ich nicht. Hanni, du hast gewonnen, sehr schön. Glückwunsch. Ich hab noch nicht gewonnen. Doch! Klar hast du gewonnen. Ich hab jetzt schon einen Schlag mehr wie du. Und davon vorab schon die 5 Schläge. Das heißt, du müsstest jetzt... Äh, ich seh nichts. Das heißt, du müsstest jetzt 6 Schläge mehr brauchen wie ich. Ich bin auch in einem Baum. Vielleicht hab ich ja... Ach, da schaust du doch Quatsch. Ähm. Ich bin drin. Nein! Okay, das war der zweite Schlag. Okay, 3. Ja, guck, sag her, 3 Schläge bist du besser. Honey, GG. Hast du gut gemacht. Ne, 2 Schläge so nur im Endeffekt. Ja, gut. Honey, GG. Dankeschön. Du bist sogar genau wie, ähm, das normale Paar, ne? Auch 57 total, was man am guten Verbrauch. Ja. Gute Runde, Honey. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Dankeschön. Gut. Gut. Machen wir wieder eine kurz vor wie beim letzten Mal. 17 Minuten. Hey. Ich sag mal Dankeschön fürs Einschalten. Bye. Tau Unite. Und bis zum nächsten Mal. tschau